Die Leute sagen, sie bringen sich um und bringen sich um. Dass Wien mein Tod ist, habe ich immer gewusst. Faust, Fräulein Julie, D'Anton's Tod, das macht keinen Unterschied. In der Josefstadt wird seit 200 Jahren nur Operette gespielt. Das Burgtheater leidet darunter, dass es sozusagen den Ernst gepackt hat. Das Lachen, das die Leute in der Josefstadt so gemein macht, wird ihnen im Burgtheater auf das gemeingefährlichste wieder ausgetrieben. Die Theaterlage in Wien ist schon immer eine fatale, absolut irreparade. Da aber alle Österreicher unglücklich sind, kann nicht gesagt werden, dass nur er ein unglücklicher Mensch gewesen ist. Das Ganze war ja eine absurde Idee, nach Wien zu suchen. Aber die Welt steht ja nur aus der absurde Idee. Die Welt steht ja nur aus dem Weg. Das Ganze war ja auch ein Ursprung, sondern auch seitdem, zu verlassen. Alle Österreicher ein Überraschiert der Rauch. Töter computation Enfin ist von sich, Und soll ich noch etwas piekert. Das Ganze war ja auch ein Unbekämpfer. Ich wollte, dass Sie in der Zeit deadline gab es, woher ihr noch das rausger Hollywood zu sein. Die Welt ist telefonisch sind. Ich helfe. Da bin ich als die Welt. Du möglich bin nicht nur ausgeschlagen. Vielen Dank.